Ja, hallo, meine Lieben, grüßt euch. Ich war gerade in einer traditionellen mongolischen Massage. Das machen unsere und ich diese ganze Woche. Ja, was ist die traditionelle mongolische Massage? Ich weiß es nicht genau, ich lasse es über mich ergehen. Im Prinzip ist es eine Mischung aus Schröpfen, Lymphdrainage oder Lymphmassage und auch Akupressur und dann noch Massage, wobei dann die Lymphmassage ist. Sehr effektiv, das machst du eine Stunde am Tag und danach ist man ganz schön geschafft, ganz schön müde. Also das ist sehr effektiv. Ich darf mich auch eine Woche lang jetzt nicht duschen, deswegen schauen meine Haare so aus, wie sie ausschauen. Aber sehr effektiv und gut.